Nachdem wir im vorigen Video die grundlegenden Animationseinstellungen besprochen haben, schauen wir uns in diesem Video jetzt an, wie ich im Animationsbereich noch weitere Eigenschaften festlegen kann von Animationen. Da geht es mir vor allem darum, dass wenn ich mehrere Animationen habe, dass ich festlegen kann, wann starten die, wie kann ich die Reihenfolge von Animationen verändern, wie kann ich einstellen, zum Beispiel, dass ich gar nicht klicken muss, sondern dass nach gewissen Sekunden, nach einer gewissen Zeit, Elemente angezeigt werden oder Animationen stattfinden. Und das schauen wir uns am besten mit dieser Folie hier an, weil hier ein bisschen mehr Inhalt drauf ist. Ich habe hier einerseits diese Überschrift, ich habe hier die zwei Unterüberschriften und ich habe hier noch diese zwei Aufzählungen und ich animiere das jetzt einmal irgendwie, muss zum Schluss nicht viel Silber geben, aber wir können uns damit ganz gut eben diesen Animationsbereich anschauen. Ich lege jetzt mal fest, dass eben dieser Titel, erscheint durch, zum Beispiel durch Springen, dann hätte ich gerne, ich kann auch mehrere Elemente gleichzeitig animieren, indem ich da drüber fahre. Ich habe jetzt nebenbei übrigens den Animationsbereich schon offen, also ich sehe bereits hier, erste Animation ist der Titel, Tiere nach Kontinent, das wird mir hier sogar ein bisschen angezeigt, würde ich ein bisschen wegrutschen, dann steht hier trotzdem nichts. Also hier zumindest, ich sehe zumindest ein bisschen eine Information habe ich, um zuzuordnen können, warum es sich handelt. Und wie gesagt, der Einzel hier zeigt mir auch, um welche Animation es sich handelt. Also ich kann jetzt hier mit der Maus zum Beispiel drüber fahren, jetzt sind die beiden Felder hier markiert und die kann ich das jetzt auch animieren, zum Beispiel hier mit Rad. Da ist Dauer für zwei Sekunden eingestellt. Ich sehe hier, dass das hier markiert ist nach wie vor, also ich kann hier bei der Dauer jetzt zum Beispiel ein bisschen runtergehen, auf 0,5 und jetzt schauen wir uns diesen Bereich hier mal ein bisschen genauer an. Ich zoome dazu mal ran und ich sehe das folgendes, und zwar, ich sehe hier beim 1er und beim 2er jeweils ein Maus-Symbol. Der 1er ist hier und hier habe ich sogar zwei 2er. Warum habe ich hier zwei 2er? Weil ich die gleichzeitig animiert habe. Wenn ich da mit der Maus drauf fahre, sehe ich hier die Information mit Vorheriger. Es ist ein Eingangseffekt und ausgewählt habe ich Rad. Und mit Voriger heißt einfach, dass es mit der vorigen Aktion, also mit dem Mausklick hier von Afrika, gemeinsam gleichzeitig erscheint. Und das kann ich jetzt ein bisschen umstellen. Ich kann da draufklicken und ich habe hier oben, wenn ich das jetzt markiert habe, Start und da kann ich jetzt einstellen mit Voriger. Beim Klicken, dann erscheint hier ebenfalls eine Maus und ein 3er. Warum? Weil es erst erscheint, nachdem ich das dritte Mal geklickt habe. Oder ich kann auswählen nach Voriger. Das heißt, wenn ich hier geklickt habe, erscheint zuerst Afrika und sobald Afrika hier ist, erscheint Australien. Und ich habe hier auch meine Zeitachsen, und das sind diese Vierecke. Und mit diesen Vierecken kann ich einige Dinge einstellen. Dazu ziehe ich mir das ein bisschen weiter weg jetzt da. Und zwar, ich kann zum Beispiel einstellen, dass Australien zwar nach Afrika beginnt, aber nicht unmittelbar, sondern, wenn ich das anklicke, kann ich das ein bisschen weiter rüberziehen. Und da steht Starten nach einer Sekunde. Also es startet in dem Fall erst eine Sekunde erst, nachdem Afrika vorbei ist. Ich kann es reinschieben, dann startet es. Na, kann ich gar nicht. Das geht gar nicht. Nach Voriger heißt immer, es startet wirklich erst danach. Ich kann es verlängern. Das heißt, dann hätte ich wieder eine besonders langsame Animation, dem Verkürzen. Ja, also das kann ich hier relativ gut einstellen. Wenn ich es mir jetzt anschaue, also hier sehe ich jetzt da, dieser Überschrift Australien kommt nach Afrika, aber ohne, dass ich klicken muss. Deswegen habe ich hier das Ur-Symbol. Es kommt automatisch, aber erst danach. Und zwar mit einer Verzögerung von, machen wir das, dass man es jetzt da gut sieht, von zwei Sekunden. Und dann kommt Australien. Und ich ziehe es noch ein bisschen länger. Das heißt, Australien wird auch, dieser Effekt, wird ziemlich langsam ablaufen im Vergleich zum Afrika-Effekt. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Präsentation, aktueller Folie. Ich klicke jetzt einmal. Dann kommt da mal Tiere nach Kontinent. Und jetzt klicke ich nur ein weiteres. Ich klicke nur jetzt da. Es erscheint sofort Afrika. Wir warten. Und jetzt kommt Australien. Und wie wir gesehen haben, es ist langsamer erschienen als Afrika. Und ich habe jetzt bei Australien nicht mehr geklickt, sondern habe ein bisschen gewartet. Und Australien ist von selbst gekommen. Man kann übrigens auch die Reihenfolge verändern. Das machen wir gleich. Zuerst animiere ich noch sowohl dieses Feld hier. Dann nehmen wir gemeinsam gleich. Und ich animiere auch das hier. Zum Beispiel mit Zoom. Auch gleich alles auf einmal. Gut. Und jetzt habe ich hier eben 1, 2, 2. Warum? Weil das hier nur zeitlich geschalten ist. Und 3 und 4 sind die zwei Aufzählungen hier. Und jetzt kann ich da drüben, zoomen wir da ran, zum Beispiel hergehen und die Reihenfolge verändern. Ich kann zum Beispiel hergehen und, auch wenn es keinen Sinn ergibt, den Titel hier anklicken und an letzter Stelle ziehen von der Animationsreihenfolge her. Das heißt, es beginnt jetzt zuerst Afrika, dann kommt Australien danach. Und dann kommen die zwei Felder. Und dann kommt die Überschrift erst. Ich ziehe das ein bisschen weiter weg. Dann sehe ich auch wieder die Symbole. Also ich klicke, dann kommt Afrika, dann kommt Zeitverzögert Australien. Und durchs Klicken kommt dann zuerst das. Und dann als nächstes das. Und zum Schluss kommt übers Klicken die Reihenfolgekontinent. Schauen wir uns das an. So, kümmern wir das noch weg. Also, es kommt zuerst das. Dann kommt automatisch mit einer Verzögerung Australien. Jetzt muss ich wieder klicken. Jetzt kommt zuerst dieses Feld. Dann klicke ich noch einmal, dann kommt diese Aufzählung. Und zu guter Letzt kommt erst Tiere nach Kontinent. So, also wie gesagt, da kann man sich, kann man einige Dinge einstellen. Das meiste eben bitte, kann man einfach ein bisschen selbst reinschauen. Wie gesagt, was auch ganz gut ist, einmal rechte Maustaste zu machen. Und sich zu überlegen, was könnte man dann noch so einstellen. Rechte Maustaste, zum Beispiel Effektoptionen. Das kann ich dann noch so einstellen, eben von wo es kommt. Ich kann einen Soundeffekt einstellen. Das kann natürlich ein bisschen nervig sein, aber könnte ich machen. Machen wir mal, zum Beispiel könnte ich machen. Glocken. Ich kann mir hier auch die Musik, den Sound anhören. Ah, hier kann ich die Lautstärke, kann ich nur einschalten. Sehr laut, mittel. Machen wir mal okay. Okay, naja, jetzt höre ich es auch schon. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Wir sehen jetzt, wenn das nach oben fährt, dann kommt dieses Glockengarage. Gut, passt. Das ist immer alles Wichtige zu Animationen. Und der Rest ist eben einfach selbst ein bisschen durchprobieren. So kompliziert ist es nicht. Es gibt ja einfach sehr viele Dinge, die man einfach am besten durch Selbstrecherche einfach ein bisschen durchprobiert. Das könnt ihr dann beim Arbeitsauftrag auch einbauen, dass ihr einfach ein paar andere Dinge noch durchklickt. Dann geht's. Vielen Dank.